Endlich geht es wieder los. Die Bundesliga startet in die Rückrunde. Hertha BSC und Eintracht Frankfurt treffen zum Auftakt gleich aufeinander. Beide Teams sind in der Vorbereitung den eiskalten Temperaturen entflohen. Der gesamte Hertha-Tross reiste ins türkische Belek. Sonne und Temperaturen bis zu 20 Grad. Eine Woche intensive Arbeit im Training und in den Testspielen. Abseits des Platzes ist auch der Spaß nicht zu kurz gekommen. Der Kapitän zieht ein positives Fazit. Das Trainingslager war sehr gut. Wir haben optimale Bedingungen. Wir haben einen super Platz, ein sehr schönes Hotel. Wir konnten uns optimal auf die Rückrunde vorbereiten und hoffen natürlich, dass wir topfit in die Rückrunde gehen können. Und dann hoffentlich auch so gut starten wie in der Hinrunde. Denn da gab es gleich ein 6 zu 1 gegen die Eintracht. Ein Start, der die Berliner zu einer sensationellen Hinrunde beflügelte. Überwintert hat Hertha schließlich auf dem sechsten Tabellenplatz. Jetzt gilt es, den Erfolgsfaden wieder aufzugreifen. Ich weiß ja nicht, warum wir nicht daran anknüpfen könnten, wie in der Hinrunde. Wir haben uns gut vorbereitet. Und ich denke, wenn wir Ähnliches abrufen und wieder diese Bereitschaft zeigen, dann können wir auch Ähnliches leisten. Ganz anders als die Berliner wollen die Frankfurter keinesfalls an die Leistung der Hinrunde anknüpfen. Volle Konzentration gilt dort dem Klassenerhalt. Erfolgserlebnisse sollen sich schnell einstellen, möglichst schon im Heimspiel gegen Hertha. Denn der Stachel vom 1 zu 6 sitzt noch tief. Ja, natürlich wollen wir was gut machen. Wir haben in der Hinrunde in Berlin nicht gut ausgesehen. Und von dem her haben wir ja was vor zu Hause und wollen in erster Linie mal einen Heimsieg holen. Davon gab es leider noch keinen einzigen in der laufenden Saison. Das Team von Armin Fee hat bislang die schlechteste Heimbilanz in der Liga. Alexander Mattlung und Tobias Weiß sollen die Mannschaft verstärken. Die nötige Kraft haben sich die Eintracht-Akteure im Trainingslager in Abu Dhabi geholt. Das Gefühl ist gut. Nur ist Vorbereitung das eine. Und am Samstag geht es dann anders los. Von dem her kann man sich davon nichts kaufen. Aber wir haben schon gut gearbeitet. Arbeit, die sich auszahlen soll. Die Teams sind bereit in Frankfurt und in Berlin für eine aufregende Rückrunde.